Karl-Heinrich Grundmann war ein österreichischer Schlosser- und Lokführer-Kaiser Franz Josef Scherfinder und Fabrikant. Leben Karl Grundmann, gelernter Schlosser, ließ sich 1838 auf der Walz in Wien nieder. Hier lernte er den Beruf des Lokomotivführers. Er war der erste österreichische Lokomotivführer im Kaiserdarm Österreich. Alle anderen bereits bei den österreichischen Bahnen arbeitenden Lokführer kamen aus England. Woher auch die Lokomotiven der Kaiser Ferdinands Nordbahn stammten. Im Zuge der Oktoberrevolution floh der Hof mit Kaiser Ferdinand und seinem Nachfolger Erzherzog Franz Josef am 7. Oktober 1848 nach Ulmütz. Grundmann spielte dabei als erster deutschsprachiger Lokführer nach den Engländern eine wichtige Rolle und erhielt dafür eine entsprechend großzügige Belohnung. Zudem wurde ihm das kaiserliche Privileg zur Haltung von Lepizanern gewährt. Im Jahr 1862 gründete er mit seinen Ersparnissen in Wien-Leopoldstadt einen Schlosserbetrieb, in dem Schlosserwaren maschinell gefertigt wurden. Bis zu seiner Pensionierung 1865 er war auch der Lokführer Erzherzog Maximilians, blieb er aber weiterhin Lokführer. Erst dann konnte er auch seinen Betrieb vergrößern und nach Hernals bei Wien verlegen. Hier erzeugte er vor allem galvanische Batterien für die Eisenbahn. Karl Grundmann hatte vier Söhne, von denen Julius Gustav und Heinrich in seinem Betrieb mitarbeiteten. Während der älteste Sohn Wilhelm sich zunächst in Deutschland aufhielt und weitere Ausbildungen absolvierte. Wilhelm schied 1894 aus dem väterlichen Betrieb aus und gründete seine eigene Schlosserwarenfabrik in Hainfeld. Auch für die KUK-Armee arbeitete Grundmann und entwickelte industriell gefertigte Verschlüsse für Munitionsgisten. Aufgrund der guten Auftragslage konnte er weiter expandieren und mietete im Jahr 1875 in Orsan bei Herzogenburg die Hallen der Firma Vollrat, um dorthin zu übersiedeln. Den Bau einer eigenen Fabrik an der Treisen in Herzogenburg erlebte der Firmengründern allerdings nicht mehr, da er im August 1878 einen Typhosanfall erlitt und kurz danach an den Folgen starb. Infolge der wirtschaftlichen Bedeutung der Grundmannwerke wurde Herzogenburg 1927 trotz der zu geringen Bevölkerungszahl von lediglich 2700 Einwohnern zur Stadt erhoben, um in der Beginn-Enden-Weltwirtschaftskrise ein auch international unübersehbares Signal der industriellen Leistungsfähigkeit Österreichs zu setzen. Heinfeld wurde 1928 aus demselben Grund zur Stadt erhoben, obwohl auch hier die Bevölkerungszahl dafür viel zu gering war. Somit verdanken gleich zwei niederösterreichische Städte ihr Stadtrecht Karl Grundmann. Grundmanns Betrieb besteht in den beiden Unternehmen Kaba Schließtechnik und dem Georg-Fischer-Konzern in Herzogenburg sowie in der Grundmann-Beschlag-Technik in Heinfeld fort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017